Die hierzu erwerbende sanierte 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Leipzig. 1900 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Die Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 510.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017